Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von CleverTV hier vom Caravan Salon Düsseldorf 2023 für das Modelljahr 2024. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir stehen vor einer absoluten Modellsensation, denn unser wirklich über die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreicher Tour 540, der ja immer schon durch eine hervorragende Bettgröße bestochen hat und durch ein tolles Badezimmer, ist es jetzt soweit. Wir haben sozusagen eine Weltneuheit hier im Tour und zwar das Vario Badezimmer, was wir im letzten Jahr schon in den Prototypen vorgestellt haben. Das ist jetzt in die Serie eingezogen und befindet sich hier in unserem Tour 540 und nicht nur das neue Vario Badezimmer mit dem tollen Waschbecken, was wir Ihnen gleich auch noch zeigen, ist neu, sondern auch unsere Oberklassenlinie, unsere Selectline, die ganz neu im Modelljahr 2024 ist, wo Clever eben wegweisende Designwege gegangen ist und eine Kombination, ja, sage ich mal, gemacht hat aus wirklich sehr ansprechender Optik und noch mehr Funktionalität. An der Kamera ist der Christian Schneider, genau und wir haben jetzt schon einen Kaffee auf sozusagen hinten, Cappuccino und haben auch alle schon in unser Käse und Salami Brötchen gebissen. Und jetzt haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir noch ein Video von dem Tour und ja, wir freuen uns wirklich, dass Sie dabei sind. Wie immer gehen wir erst einmal ums Fahrzeug drumherum. Ich weiß nicht, Christian, das ist jetzt hier die Variante mit dem Schlafdach. Das Schlafdach ist also auch im Modelljahr 2024 bei allen Modellversionen von Clever möglich und ja, hier in schwarz, sieht ganz schick aus in Kombination auch mit unseren Premium-Seitz-Rahmenfenstern, die ja auch schwarz sind. Und dadurch ergibt sich auch im Äußeren eine absolute Designharmonie. Ja, wir gehen mal hier ums Fahrzeug jetzt drumherum. Der Christian kommt mir mal nach. Ich stelle mal das Preisschild mal hier so ein bisschen zur Seite. Und dann sehen wir also jetzt hier in dem Fall eine Option, nämlich ein mögliches Seitenfenster hier als Schiebefenster ausgeführt, damit eben auch, wenn sie denn geöffnet wird, die Schiebetüre das Fenster nicht zerstört. Ich mache es mal auf. So, die Schiebetür fährt eben übers Fenster drüber. Nur eine Hälfte des Fensters kann geöffnet bleiben, sodass also das auch wirklich nur für eine Momentaufnahme ist und Sie keine Gefahr laufen, dass Sie sich das Fenster zerstören. Im hinteren Bereich haben wir unsere Frischwasserzuführung, die natürlich auch abschließbar ist. Und über diese Frischwasserzuführung können Sie den 100 Liter Frischwassertank mit Wasser natürlich füllen. Außer Sie fahren nach Norwegen und nehmen was anderes mit. Nee, Wasser, Christian Wasser. Immer nur Wasser. Deswegen ist der Alkohol so teuer, sagst du. Ja, ja. Deswegen bin ich so ein bisschen ins Stocken gekommen, aber natürlich war ein Spaß. Ja, ja. Ja, nee, nicht, das meint man sich. Ich meine das ernst. Ich nicht, wir an anderen. Also Frischwasser 100 Liter. Wir haben auch einen 10 Liter Warmwasserboiler. Wir empfehlen, den Tank zu füllen, dann Warmwasser einzuschalten. Dann läuft das Wasser aus dem Tank in den Boiler. Und dann haben Sie weitere 10 Liter Volumen. Also dann könnten Sie theoretisch mit 110 Litern Frischwasser starten in Ihr Urlaubsabenteuer. Optional möglich sind ja auch noch die anderen Steckdosen Gas und TV bzw. Strom. Das können Sie in unserem Konfigurator sich anschauen, den Sie auf unserer Webseite finden. www.clever-reisemobile.com Jetzt schauen wir uns die Heckpartie an. Und jetzt ist ganz wichtig, ich mache mal hier unsere Sturmsicherung los von der Türe. Das ist ja auch eine Funktion, die gibt es ja eigentlich immer schon bei Clever. Und wir haben nie drüber gesprochen. Weil es ist eben so, je nachdem wie eng Sie an einem anderen Fahrzeug stehen, haben Sie eben durch die Sturmsicherung die Möglichkeit, die Türe aus dieser Position in diese Position zu verändern. Und dadurch haben Sie eben noch mehr Platz, um Ladegüter eben entsprechend in dem Fahrzeug problemlos unterbringen zu können. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir stehen vor dem neuen Clever Selectline Tour 540 im Nautic Design. Und Sie sehen, die komplette Linienführung hat eine komplett andere Ergonomie bekommen. Wir haben viele Rundungen und wir haben hier eine durchgehende Sichtachse bei unserem Tour. Und noch den schönen Nautic Designstreifen. Kombiniert wird das Ganze mit bei Clever schon bekannten Dachelementleuchten. Da können wir auch noch einmal drauf schauen, Christian. Ich gehe mal in die Kiste hier. Hier oben sozusagen in Bullaugenoptik. Das hat es schon bei den Clever-Fahrzeugen von früheren Generationen gegeben. Und jetzt sind die traditionellen Dachleuchten ins Design integriert worden. Und wenn man jetzt so wie wir schon, ich sage mal, Clever-Händler nahezu der ersten Stunde ist, dann freut man sich natürlich, wenn man solche Ausstattungsmerkmale wiederfindet. Christian geht ein Stück zurück. Und einmal hier in dem Bereich, gehen wir da rum. So, genau. Weil, also es ist ja so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin ja eigentlich immer ein Fan davon gewesen, wenn es dunkel ist, Kerzer um den Tisch. Ja, und wir haben ja auch bei Clever schon seit einigen Jahren die Ambientbeleuchtung, die natürlich verschiedene Stimmungen nochmal in den Vordergrund heben kann. Ich habe immer gesagt, okay, kann man machen. Man kann auch eine Kerze auf den Tisch stellen. Ist auch schön. Aber jetzt im Modelljahr 2024 in unserem neuen Select-Line in der Nautic Optik ist also auch die Ambientbeleuchtung nochmal überarbeitet worden. Und ich finde es ein absolutes Highlight, wie die Oberschränke hier in Szene gesetzt werden. Und auch hier im unteren Bereich die indirekte Beleuchtung dann in den hinteren Bereich der Verkleidungselemente fortgeführt wird. Und ich finde es super. Wie siehst du es, Christian? Sehr schön. Schön, oder? Ja, dezent und trotzdem kriegst du alles mit. Ja, genau. Und es ist also so, dass Sie natürlich auch bei unserer Ambientbeleuchtung für das Modelljahr 2024 in der Select-Line auch noch Ihre Lieblingsfußballmannschaft auswählen können. Sie können also wählen von Rot für Köln, Düsseldorf und Bayern München zu Schwarz und Gelb für die Borussen aus dem Westfalenland. Oder Grün für Gladbach. Was gibt es noch? Blau, Schalke, Bochum, Hamburg. Hamburg, Miami, Hawaii, Wanne-Eickel, Chicago. Alles ist möglich mit unserer Ambientbeleuchtung. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sehen jetzt hier bei unserem Tour 540 eins der neuen Ausstattungsmerkmale. Sie haben es schon gesehen beim Reinfilmen und zwar hier in diesem Bereich. Mit diesem Bereich haben Sie also die Möglichkeit, die Fliegefläche zu erweitern. Das ist also ganz einfach. Ich zeige es Ihnen mal. Sie drücken einfach hier gegen. Dann geht diese Vario-Türe hier in den Bereich des Badezimmers. Ja, komm mal rauf. So, also Sie sehen jetzt hier praktisch ins Badezimmer. Jetzt können Sie dieses flexible Element hier rüberziehen. Und dann haben wir die Möglichkeit, dieses Kissen-Element hier in den Bereich einzulegen. Und ich würde mal fast sagen, ich übernehme mal die Kamera, der Christian hat Telefon. Hat er weggetan, lieber. So, und ich würde mal fast sagen, dass wir jetzt hier bei diesem Fahrzeug die größte Liegefläche im Bereich der 5,40 Meter Kastenwagen haben. Christian, schieben wir mal dein Maßband. Er hat ein bisschen gezuckt. Also hier im Bereich der Schulter haben wir nach wie vor 1,40 Meter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist also der Fall. Guck mal hier. Wir haben da ja immer ein bisschen Probleme, das Maßband genau zu treffen. Hast du aber. Genau, 1,40. So, und das ist natürlich schon gewaltig. 1,40 Meter haben Sie normalerweise nur bei 6 Meter Kastenwagen. 1,40 Meter haben wir hier bei 5,40 Meter und das ist schon richtig super. Und jetzt gucken wir mal hier, weil da ist ja normalerweise aufgrund dessen, dass Sie den Platz fürs Badezimmer brauchen, ein weniger breiter Liegeflächenbereich. Und in dem Fall sind wir hier bei knapp 1,35 Meter und das ist schon ein Highlight. 1,35 Meter Schrägstrich, 1,40 Meter Breite mal 1,93 Meter Liegeflächen Länge. Und damit machen wir jetzt hier in unserer neuen Premium Select Line im Nautic Design, machen wir jetzt hier unseren 5,40 Meter zu einem wirklich fast vergleichbaren 6 Meter Fahrzeug. Absolutes Highlight auch ist neben dem Design das Volumen der Oberschränke. Die Oberschränke sind gegenüber dem Modelljahr 2023 fast aufs Doppelte vergrößert worden. Und die sind also richtig klasse. Hier kriegt man ganz, ganz viel drin unter. Und die Oberschränke hier bei unseren neuen Kastenwagenmodellen sind die größten Oberschränke vom Fassungsvolumen, die von allen Kastenwagenherstellern angeboten wird. Also wir haben jetzt hier, unser Technikteam ist über die Messe gegangen. Die hatten kein clever Maßband, sondern die hatten digitalen Laser. Und die haben mir das gesagt und ich sage das jetzt immer, ich glaube denen das. Also unter Vorbehalt. Aber wir können davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall zu den Größten zählen, wenn nicht sogar die Größten sind. Ich glaube die Formulierung gefällt dem Christian Schneider besser, oder? Ja, ich bin immer ein bisschen wasser. Ja, bist du ein bisschen vorsichtig. Ich bin so immer begeistert eben. Ich bin dann so begeistert und ich hau das dann raus. Das wissen die anderen auch. Und dementsprechend gibt es natürlich nicht genau was zu erzählen. Ja, es ist also auf jeden Fall so, dass das dabei ist. Aber unabhängig davon, wenn du die siehst, ich gucke mir ja auch andere Reisemobile an. Ich wüsste jetzt auch so ad hoc nicht wirklich auch was... Was Vergleichbares, ne? Nee, nicht. Ich auch nicht. Und vor allem sind die auch noch schön dabei. Das kommt ja noch dazu. So, also das Bett war schon mal prima. Und jetzt schauen wir uns hier mal unseren Stauraumbereich an. Wir haben also bei diesem Fahrzeug in der Basiskonstruktion einen Gasstaukasten. Der Gasstaukasten hat also ein Fassungsvolumen von zweimal elf Kilo Gasflaschen. Und das ist auch schon cool. Und die erhöhte Bettvariante, die also maximale Freizeitaktivität sozusagen möglich macht. Und ich nehme noch mal das Maßband hier. Boah, das hakt aber ein bisschen. So, jetzt. Ich darf auch gerade wieder den Boden aufnehmen. Ja. Das ist echt schick. Ja, genau. Das ist natürlich auch in dieser Yachtoptik jetzt hier. Ja. Also das ist tatsächlich so... So, was haben wir? 90, 98,2. Wir sagen 98. Ja, wir runden ab. Wir runden ab. Ganz großzügig runden wir ab. 98,2. Tiefe bis zur Kante der Schottwand. Bis zu diesem Ding hier. 1,05 Meter. Bis zum Versorgungskanal. 95 Zentimeter. Und da kriegt man ordentlich was drin unter. Die Höhe war 70, ne Christian? Die Höhe ist 70. 70 Zentimeter Höhe bis unter das Lattenrost. Man könnte sogar noch 2, 3 Zentimeter großzügig dazu addieren, wenn Sie sagen, okay, Sie gehen partiell eben bis zu den Holzelementen des Lattenrostes. Ansonsten, hier befindet sich wie im Modelljahr vorher auch der 100 Liter Frischwassertank mit den zwei roten Deckeln. Das sind zwei Reinigungsöffnungen, wo Sie also ganz bequem das Fahrzeug zum Saisonende winterfest machen können und nochmal mit dem Tuch durchwischen könnten. So, Matratze hier rüber und dann aufstellen. Moment, das Brett muss eben hier verschwinden. Das ist ein Unterschied, Christian, das können wir vielleicht auch mal zeigen. Und zwar hatten wir jetzt hier eben dieses Brett für das Badezimmer, für die Unterlage der Matratze darüber geschoben. Das nehmen wir jetzt in diese Position. Dann können wir das hochnehmen. Das wird nämlich hier durch diese intelligente Führung eben fixiert. und dann besteht die Möglichkeit, wie es auch in den vergangenen Jahren immer möglich war, das Lattenrost ganz einfach hier nach oben zu klappen. Die anderen Matratzen-Elemente können wir hier auf die Seite packen. Und dann haben wir hier in dem Bereich auch die Heizung, beziehungsweise in dem Fall ist das ist jetzt hier tatsächlich so, dass hier ein Stauraum ist und hier die Absperrmöglichkeit für die Gasversorgung. Ja, hier können Sie Utensilien unterbringen. Das ist also auch ganz nett gemacht. Haben wir also Gaskasten, Utensilienschrank und wir haben dann hier die Schottwand, die Sie natürlich auch rausnehmen können. Ich würde sagen, der Christian geht jetzt mal rum. Ich klappe mal eben wieder alles zurück hier. Einfach wieder das Holzbrett in die Position bringen. Erstmal das Lattenrost runter. Dann das Holzbrett in Position. Und dann haben wir die Möglichkeit, einfach hier unsere Matratzen-Elemente wieder in die Ursprungslage zu versetzen. Ja, so können Sie das Bett natürlich auch nutzen. Da hätten Sie auch die Möglichkeit, das Badezimmer mal groß zu lassen. Und das schauen wir uns ja jetzt gleich mal an, wie das sich ausmacht, weil durch dieses Vergrößerungs-, durch dieses Vario-Element haben Sie eben die Möglichkeit, die Dusche eben optimal nutzen zu können. Ich komme mal rum. So, einmal zumachen hier. Übrigens, Verdunklung, Fliegenschutz und Premiumöffnung bei unseren Seitzrahmenfenstern, bei allen Fenstern serienmäßig. Jo, da bin ich wieder. Und ich stehe hier vor unserem neuen Küchenblock. Der ist also erhöht worden. Und der Kühlschrank, der früher 70 Liter ausmachte, hat jetzt 100. Also praktisch... Krieg ich gar nicht drauf. Kriegst du gar nicht drauf? Also nicht aus beiden. Ja gut, der Kühlschrank ist ja wichtiger als ich. Also sehr schön. Riesiger Kühlschrank, 100 Liter. Von beiden Seiten zu öffnen. Also auch wirklich prima gemacht. Und ja, Christian kann jetzt nochmal von hier vorne aus vielleicht dieses schöne neue Design mit diesen Großraumoberschränken auch kameramäßig nochmal festhalten. Ist also schon so, dass man sagen kann, hier haben Sie nicht nur ein sehr funktionelles, zweckmäßiges Fahrzeug, sondern auch ein Auto mit einem ganz, ganz tollen Eigencharakter, welcher eben bei anderen Kastenwagen anders ausgeführt ist. Ist also was ganz Besonderes hier. Im Modelljahr 2024 ist ins Nautic Design noch zusätzlich eine Abstellmöglichkeit für Flaschen integriert worden. Da ist, also ich kenne auch da keinen anderen Hersteller, der eben hier im Oberschrank eine entsprechende Flaschenvertiefung mit untergebracht hat, sodass Sie also hier zum Beispiel eine Ölflasche oder irgendwelche anderen Gewürzflaschen prima da unterbringen können. Oder vielleicht auch mal eine Flasche Rotwein, der muss ja nicht gekühlt sein. Ja, das Küchenfeld ist bewährt. Wir haben also dieses Küchenfeld aus der Dometic Premium Reihe auch wieder hier in unserem Nautic Select Line untergebracht. Und es ist so, wir haben hier zwei Möglichkeiten, Töpfe oder Pfannen unterzubringen. Auf der Seite 22 Zentimeter, auf der Seite 16. Also ich sage jetzt mal vereinfacht, Dudeln und Soße, kein Problem. Und wenn es dann anschließend darum geht, einfach mal hier durchzuwischen, können Sie die neuen Aufsatzguss-Elemente einfach abnehmen und mit einem feuchten Lappen hier zum Spülbereich einfach sauber machen. Also richtig prima gemacht. Das Ganze hat natürlich eine Piezo-Zündung. Und wir können das mal machen. Willst du mal dran fühlen, Christian? Nein? Aber Sie hören es, oder? Guck mal, hier mein Mikro mal dran. Ja, da sieht man es auch. Piezo-Zündung. So, also richtig cool gemacht. Auch thermisch getrennt. Vielleicht nochmal drauf machen hier. Das heißt, hier steht der Topf. Die Bedienelemente sind von unten nach oben positioniert worden. Also eine thermische Trennung, sodass sie sich nicht... Also ich bin ja jetzt hier mit so ein paar Flauschhaaren an den Händen von dem lieben Gott versorgt worden. Die sind bei klassischen Kochfeldern regelmäßig abgeflammt. Aber hier bei der thermischen Trennung besteht da überhaupt kein Problem. Ansonsten haben wir auch ein paar Steckdosen-Serien. Nämlich hier eine 12-Volt-Steckdose und eine 230-Volt-Steckdose. Dieses 3er-Set ist ein Options-Set. Das sind doppelt USB, 12-Volt und 230-Volt. Die können Sie an verschiedenen Stellen im Fahrzeug positionieren. Das finden Sie auch in unserem Konfigurator. Und das geht zum Beispiel auch unterm Bett oder unter der Sitzbank oder im Schlafbereich auf der linken rechten Seite. Also da haben Sie sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Ja, der Küchenblock selber ist eben sehr schön konstruiert, weil die Schubladen haben Vollauszug und sind auch schön geräumig. Wir haben 15 mm Pappelsperrholz hier in dem Fall. Neunfach verleimt mit einem serienmäßigen Besteckkasten, der, ich sag mal, die Zweckmäßigkeit und Funktionalität unserer Clever Reisemobile nochmal unterstreicht. Ja, und ganz neu ist jetzt sogar, dass der Urlaub im Prinzip in dem Moment anfängt, wo Sie die Schubladen zumachen. Wir haben also ein Soft-Close hier bei den Schubladen und durch diese Soft-Close ist also auch nochmal der besondere Anspruch, den wir jetzt hier bei unseren neuen Clever Reisemobilen der Select-Line haben, wird das nochmal unterstrichen. Also wir bewegen uns jetzt hier wirklich schon im gehobenen Bereich. Das Ganze natürlich immer noch zu einem sehr, sehr fairen Preis. Und im Verhältnis also auch zu den Fahrzeugen, die wir in der Vergangenheit hatten, ist es also so, dass unsere Clever-Techniker hingegangen sind, alles nochmal unter die Lupe genommen haben und gesagt haben, Mensch, eigentlich ist ja schon alles schon gut. Was können wir aus gut machen? Super. Ja, und sind verschiedene Dinge eben optimiert worden. Größere Oberschränke, größerer Kühlschrank, bessere Arbeitshöhe, schickeres Design und größeres Bett, größeres Badezimmer, bessere Ambiente, Beleuchtung. Also es gibt im Grunde nichts bei dem Fahrzeug, wo nicht an der Stellschraube gedreht wurde, um, ich sage mal, die Herausforderungen anzunehmen und die Marke eben neu zu positionieren und wirklich sagen, so, hier haben sie richtig, 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 richtig was Tolles. Christian, komm mal zu mir ins Bad. Ich mache jetzt mal eins. Ich werde jetzt hier mal dieses Flex-Element einfach nochmal reinklappen. So, und dann sehen sie also auch, dass ich trotzdem noch prima hier im Bereich der Toilette sitzen kann und genügend Platz habe. Und das ist eben der Fall, selbst wenn also die Liegefläche vergrößert wird auf dieses neue Maß von gut 1,35 Meter im Fußbereich, ist es eben so, dass sie hier keinerlei Einschränkungen für ihren nächtlichen Toilettengang haben. Und das war die Herausforderung der Ingenieure, ich sage mal, so eine Art Kombi-Variante hier zu konstruieren. Und deswegen, Vario-Badezimmer, also ich finde, eine sehr, sehr gelungene Sache. Wenn Sie sich hier duschen möchten, ist das also jetzt hier wirklich ganz fantastisch. Ich würde jetzt schon fast behaupten, Christian, wir haben eine Duschbreite von mindestens 70 Zentimetern und es sind tatsächlich 72. Guck mal. Kriegst du wieder nicht hin, ne? Weißt du, dann heißt es ist schwierig, ne? Immer ein bisschen Mühe. Ja, ehrlich. Ich stehe ja. Nee, 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 das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht, Christian. So, hier haben wir über 80, 83. Das heißt also auch Genussmenschen. Das ist ja jetzt auch, ich sage mal, beim 540er Frühjahr immer so ein bisschen schwierig gewesen. Aber selbst Genussmenschen wird also genügend Platz zur Verfügung gestellt. Kommt auch dadurch, dass unserem neuen Tour Select Line mit dem Nautic-Charakter eben auch so ein paar andere Sachen aus dem Yachtbau spendiert worden sind. Nämlich zum Beispiel auch hier unser neues Waschbecken, welches also dann, wenn es gebraucht wird, eben in Position und Funktion gebracht werden kann. Und wenn Sie es nicht brauchen, dann können Sie es einfach hochklappen. Natürlich ist bei unserem Select Line auch das Fenster im Badezimmer nach wie vor Bestandteil der Serienausstattung. Das haben wir hier. Und Sie können optional auch ein Dachfenster haben. Dieses Fahrzeug hat jetzt hier ein Schlafdach. Da geht das natürlich nicht. Aber bei den Fahrzeugen, die eben ohne Schlafdach ausgerüstet sind, besteht die Möglichkeit auch noch ein 28x28er Fenster im Bad zu haben. Und dann haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie die Beheizung des Badezimmers einschalten, auch vielleicht mal Kleidungsstücke oder so aufzutrocknen, aufzuhängen und auszutrocknen. Und dann zieht eben die warme Kondensluft nach oben aus der Dachhaube ab. Der Prozess wird dadurch beschleunigt. Wenn Sie jetzt keine Dachhaube wählen, dann ist ein Pilzlüfter da, welches natürlich auch dafür sorgt, dass nichts anbrennt. Christian, das ist noch ganz wichtig. Wir haben ja hier eine Lamellentür. Und wenn du dich mal auf den Beifahrersitz setzt, dann... Boah, da war der Tennisschuh. Da war der Tennisschuh, genau. Ja, bei Christian muss man ja von Björn Borg oder Boris Becker sprechen. Ja, ja, genau. Also, Lamellentür war ich stehen geblieben. Die Lamellentür ist super, weil gucken Sie mal hier. Also die stört überhaupt nicht. Sie können die im Prinzip tagsüber auflassen. Und dadurch ist eben optimal hier die Möglichkeit gegeben, sich bestens in dem Fahrzeug zu bewegen. Und ansonsten, wenn Sie dann ein bisschen Intimsphäre möchten, sich erleichtern wollen oder vielleicht auch sagen, wir machen mal ein bisschen Duschen oder so, dann ziehen Sie das einfach zu. Ja, Softclose haben wir drüber gesprochen. Neue oder erhöhte Arbeitsfläche haben wir drüber gesprochen. Auch ganz toll hier bei unserem Tour. Wir haben hier wirklich eine super Arbeitsfläche. Also, wenn Sie jetzt Außenstrom haben, können Sie hier schön Thermomix hinstellen. Und ja, ansonsten haben wir auch noch hier einen Stauschrank, der neben den Schubladen vorhanden ist. Für Utensilien, die Sie hier prima drin unterbringen können. Mit drei Unterteilungen. Und hier haben wir dann unseren neuen Komfort-Sitzbereich. Und da lohnt es sich wirklich, wenn der Christian mal rausgeht, damit wir mal gucken können, wie viel Platz hier nämlich hier unten ist. Das ist also wirklich, ich würde mal sagen, in der Kombination mit der Nutzung des Badezimmers, des Bettes und auch hier der Sitzgruppe eins der Fahrzeuge, die Ihnen am meisten Bewegungsfreiheit ermöglicht. Vom Design haben wir jetzt hier Blackline. Guck mal hier. Kann man fast Tango tanzen. Vom Design haben wir hier die Blackline-Serie. Und die hat also die dunkle Arbeitsplatte vom Tisch. Die dunkle Arbeitsplatte im Küchenbereich. Und wir haben auch die, das filmst du am besten nochmal von da. Von da. So rein. Da kommt das am besten zur Geltung. Hier und da nochmal dem Schrank folgend. Und die anthrazitfarbenen Nautic Designstreifen, die eben hier diesem Fahrzeug im Innenraum auch eine gewisse Dynamik verleihen. Allein schon durch diese kleine Kantung, die hier verbaut ist. Ja, natürlich ist der Schwenktisch auch Bestandteil der Serienausstattung, den wir einfach hier mal so rüber schwenken können. Und auch hier ist zu erwähnen, dass hier bei der Konstruktion darauf geachtet wurde, dass eben möglichst viel Bewegungsfreiheit da ist. Und das Standard-Tischplatten-Design von der doppelten Stärke ist reduziert worden auf die Hälfte bei gleichzeitig härterer und stabilerer Platte. Und dadurch haben sie optimale Bewegungsfreiheit zwischen Oberschenkel, hier Christian, wo meine Hand ist, zwischen Oberschenkel und Unterkante vom Tisch. Das ist also ganz besonders. Was haben wir vergessen? Die Sitze. Ja, wir haben also ganz neu jetzt hier verschiedene Sitzdekore. Und das ist also jetzt hier die Kombination dieser Sitz aus einem Alcantara-ähnlichen Mikrofaserstoff. Also bei meinem... Alcantara-Tier. Bitte? Nicht von dem Alcantara-Tier. Nee, nee. Alcantara-Tier, das ist ja... Da war ja immer eine Mikrofaser. Nein, Alcantara ist ja so ein Erdölprodukt. Und das ist jetzt hier so ein Mikrofaserzeug, was also noch pflegeleichter sein soll und noch schmutzempfindlicher. Und es gibt tatsächlich eine neue Lederart auf dem Weltmarkt. Früher gab es ja normales Naturleder, Büffelleder und was weiß ich, da kann man dann Rehleder und was weiß ich, alle möglichen Lederarten kann man da aufrufen. Und es gibt was Neues, Veganleder. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben jetzt hier erstmalig bei unseren Sitzen ein Veganleder. Veganleder und Veganleder ist also im Grunde genommen nichts anderes wie eine Kunstlederphase, die sich einfach nur besser anhört. Also Veganleder hört sich eben besser an wie Kunstleder und es ist aber wirklich ganz hochwertig verarbeitet. Und ich würde jetzt mal sagen, unter den möglichen Kunstlederfasern ist unser Veganleder das eins der sehr hochwertigen. Erkennen tust du nichts. Ne, erkennen tust du nichts. Und es ist eben auch eine langlebige Sache. Gibt natürlich auch noch Echtleder. Gucken wir uns gleich nochmal kurz an. Aber ich finde jetzt hier diese Sitzkombination, weil auch gerade in Kombination mit dem Boden, mit unserem neuen, ja, dieses Schiffsdielen-Design des Bodens harmoniert das wirklich sehr, sehr schön. Ja, jetzt gibt es ja Clever TV schon ein paar Jahre und es gibt ja so ein paar, die haben den Kanal abonniert und die wissen, was ich mir ja fast nie nehmen lasse. Aber der ein oder andere Neueinsteiger ist ja dann auch immer dabei. Und jetzt werden wir unser Augenmerk nochmal der tollen Sitzbank schenken, die wir bei Clever haben. Und dafür kommt der Christian noch im Beifahrersitz. Oder bleibst einfach da, wo du bist. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben also die beste Sitzbank nachweislich sämtlicher Kastenwagenhersteller. Und es ist also so, dass sie hier viel Zeit verbringen. Und jetzt mit den neuen Platzverhältnissen auch hier stundenlang sitzen können, ohne dass sie, ich sag mal, denken, boah, jetzt müssen wir aber hier mal raus. Nein, im Gegenteil, sie wollen gar nicht mehr raus, weil der Blick nach draußen hier vor der Panoramaschiebetür ist im Grunde genommen schon fast Wintergartenatmosphäre. Mit fantastischem äußeren Erscheinungsbild. Und dann können Sie also die normale Sitzposition in Anspruch nehmen, die wir jetzt hier haben. Wir haben eine ganz fantastische Lendenwirbelstütze hier im hinteren Bereich des Sitzes. Und es ist, siehst du das, das kriegst du da drauf, so ein bisschen Lendenwirbel, hier diese Wölbung. Und dann, Gurte sind übrigens außen, was auch ein Sicherheitsmerkmal ist. Dadurch haben sie optimale Sicherheit. Und die Gurte stören nicht in der Mitte. Es gibt immer noch Hersteller, die machen die wohl absichtlich hier in die Mitte rein, damit man sich nur auf die Seite setzen kann oder auf die. Und bei unseren Sitzen können sie sich auch in der Mitte prima hinsetzen. So, aber das ist nicht alles, sondern wir haben auch noch die Komfortstellung. Wir können also die Sitzbank anheben, ein bisschen nach vorne ziehen. Dann haben wir die Komfortstellung. Die Rückenlehne wird schräger. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, und Sie wissen, was jetzt kommt, ab 17 Uhr wird der Käse rausgeholt und die Oliven und der Wein. Was holen wir noch raus, Christian? Boah, ich esse in letzter Zeit das Artischocken so gerne. Artischocken? Ja, es ist jetzt nicht Artischocken, genau. Da häscht ihr keine Artischocken. Artischocken oder mal ein Stück hier irgendwie aus Italien, so ein schönes Stück Schinken. Schinken, Salate. Schinken, Salate, genau, so was. Genau, so ein bisschen, ich sag mal, so italienische Tapas, wenn man das schon so sagen kann. Aber dann brauchst du die Stellung eigentlich später wegen dem Essen. Wegen, dass du die Plauze massieren kannst. Nein, also wir nennen sie die Rotweinstellung und die kommt jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber einfach nochmal eine Position, die Bank weiter nach vorne. Sie sehen, die ganze Sitzbank hat sich um ungefähr 8 cm verschoben. Und der Christian Schneider und ich, wir würden schon fast sagen, wir garantieren Ihnen, dass wenn Sie abends Ihr Tageserlebnis hinter sich haben, wenn Sie von Standard über Komfort in die Rotweinstellung gewechselt sind, wir würden fast sagen, da haben Sie die Garantie für einen fantastischen Urlaubstag gehabt und auch einen schönen Tagesabschluss, weil da können Sie dann mehrere Stunden sich lümmeln und da kann ja nichts mehr schief gehen. Der Christian, der signalisiert mir jetzt schon die ganze Zeit, dass er also einen langen Arm kriegt. Ja, also ich mache das jetzt nicht. Ich könnte die Kamera jetzt drehen und dann würden Sie sehen, wie dem die Schweißperlen die Stirn runterlaufen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Schwellmar Autohaus, Nordstraße 19, da ist unser Reisemobilcenter. Da sind wir ziemlich breit aufgestellt und wenn Sie vorbeikommen wollen, können Sie über unsere Website clever-reisemobile.com einen Besuchertermin buchen über unser Programm. Sie können bei der Gelegenheit auch einen Ausflug machen zu unserem Konfigurator, wo Sie unseren neuen Tour 540 Select Line im Nautic Design, also unseren neuen Premium Modell in der 45 Klasse wiederfinden und dann von vorne bis hinten rauf und runter konfigurieren können. Und ja, Termin buchen, konfigurieren, vorbeikommen und dann werden wir Sie gerne nochmal persönlich beraten und all Ihre Fragen beantworten. Am besten schreiben Sie sich einen kleinen Zettel, damit wir nichts vergessen. In diesem Sinne zeigen wir Ihnen jetzt nur nochmal kurz die Beleuchtung über dem Fahrer- und Beifahrersitz, weil die habe ich fast vergessen. Und wir sind auch zu erreichen. Genau. Die haben wir hier. Meins telefonisch. Ja, dann sag mal an. Die Servicenummer. Das ist die 02336 47 9165. Da erreichen Sie eigentlich mich oder den Herbert Büsken oder unseren Kollegen Sven Jonsen. Wir sind parat. Genau, wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis demnächst bei Clever TV. Tschüss. Jo, der Christian, der hat sich jetzt erholt, Kaffee getrunken, einmal sich den Arm massieren lassen hier von mir. So, also der Nachtrag. Wir hatten gesagt, wir zeigen Ihnen nochmal die Ledersitze. Und wir haben jetzt hier nicht nur die Ledersitze, sondern auch die andere Holzoptik. Das ist Silverline. Können wir uns nochmal anschauen hier. Mit grauer Oberfläche von der Arbeitsfläche mit grauem Tisch und mit silbernen Designstreifen hier. In Kombination mit den neuen Ledersitzen, mit der Sondersteppung, die jetzt auch hier in silber, also in grau sind. Das ist eine Zusatzoption. Diese Ledersitze haben wir in anderen Modellen auch noch in schwarz. Und Muster und Bilder finden Sie auf unserem Konfigurator. Das noch als Ergänzung und viel Spaß beim Konfigurieren. Tschüss.